Die Oculus Quest ist eine Virtual Reality, kurz VR-Brille, welche sich von den bisherigen Brillen deutlich abhebt. Du hast bis jetzt nur wenig von VR gehört oder du weißt nicht so recht, was dich in der virtuellen Realität erwartet? Mit einer VR-Brille bist du sozusagen mittendrin statt nur dabei. Mit VR-Brillen, welche die technischen Voraussetzungen haben, dich komplett im Raum mit all deinen Bewegungen zu erfassen, kannst du dich komplett in einer anderen, simulierten Welt bewegen. Oft ist das Szenario so intensiv, dass man die reale Umgebung komplett vergisst. Brauchbare VR-Brillen für den Konsumerbereich gibt es seit 2016. Dabei haben sich Produkte wie die Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR und die Kooperationen der Windows-Mixed-Reality-Brillen weit verbreiten können. Die Oculus Quest erscheint im Jahr 2019 und wird sich ihren Mitstreitern stellen müssen. Grund genug dafür, dass wir die Oculus Quest mal etwas genauer anschauen. Bei den momentan für Endverbraucher verfügbaren Brillen gibt es einige verschiedene Leistungsmerkmale, welche die Brillen unterscheiden. Wenn man ganz oberflächlich vergleicht, kann man eine ganz grobe Klassifizierung machen. Die Cardboard-Brille. Als Cardboard-Brille bezeichnet man Brillengehäuse, in denen man zum Beispiel sein Handy reinsteckt und eine Form der virtuellen Realität durch die Linsen auf dem Handy zu erleben. Diese Brillen können zur Zeit nicht deine Bewegungen im Raum erkennen, weshalb man diese Brillen am besten im Sitzen benutzt. Das VR-Erlebnis fällt mit solchen Brillen sehr bescheiden aus. Das Standalone-Headset. Als Standalone-Headset bezeichnet man zum Beispiel die Oculus Go. Ähnlich wie bei der Cardboard-Brille kann die Oculus Go deine Bewegung im Raum nicht erfassen. Allerdings ist die gesamte Technik wie die Bildschirme, Prozessor und Akku bereits in der Brille verbaut. Dazu gibt es einen Controller, der deine Bewegung rudimentär erfassen kann. Der Vorteil liegt hier ganz klar bei der Bildqualität, der Handhabung und des erfassten Controllers. Das VR-Headset mit 6 Degrees of Freedom. Virtual Reality-Brillen mit kompletter Raumerfassung werden auch Brillen mit 6 Degrees of Freedom genannt. Zu deutsch die 6 Freiheitsgrade. Die HTC Vive, Oculus Rift oder die Windows Mixed Reality-Brillen unterstützen diese Technik. Die 6 Freiheitsgrade beziehen sich auf die Bewegungsfreiheiten rauf, runter, rechts, links, vor und zurück eines Körpers im dreidimensionalen Raum. Diese Brillen bieten die komplette Bewegungsfreiheit auf eurem verfügbaren Spielbereich. Egal welche Bewegung ihr macht, sei es auf dem Boden kriechen, in die Luft springen oder nach einem Gegenstand bücken. Das VR-Headset wird euch immer die perfekte Simulation bieten, sodass jede deiner Bewegungen korrekt in der virtuellen Welt für deine Augen dargestellt wird. Die perfekte Täuschung. Dies ist die stärkste Immersion, welche man zur Zeit im Consumer-Bereich erleben kann. Praktisch alle Brillen, welche diese Technologie nutzen, mussten bis jetzt an einen leistungsstarken Computer angeschlossen werden. Dies hat zur Folge, dass Virtual Reality nicht immer ein günstiger Spaß war. Ein solches Set, welches aus Brille und Computer besteht, kann gerne zwischen 1000 und 3000 Euro kosten. Für VR-Enthusiasten gibt es aber auch gerne noch höhere Preisbereiche. Nun aber kommt die Oculus Quest und bietet ein volles Virtual Reality Erlebnis mit 6 Degrees of Freedom zum kleinen Preis, ohne dass ihr einen Computer benötigt. Zum Release soll die Grundvariante mit 64 GB Speicher für 449 Euro verfügbar sein. Die Oculus Quest ist ein Standalone-Headset, welches dank 6 Degrees of Freedom komplett im Raum erfasst werden kann. Beziehungsweise erfasst die Brille den Raum und erkennt daher genau die Position, an der sie sich befindet. Das Verfahren, welches diese Art der Erfassung, auch Tracking genannt, ermöglicht, nennt man Inside-Out-Tracking. Mittels 4 Kameras, welche in der Brille verbaut sind, scannt die Brille den Raum. Andere VR-Headsets nutzen auch das Outside-In-Tracking, welches mittels Kameras oder Infrarotlaser die Brille von außen erfasst. Die Windows Mixed Reality Brillen verwenden zur Zeit auch das Inside-Out-Verfahren, allerdings kommen bei diesen Brillen momentan nur 2 Kameras zum Einsatz. Die Oculus Quest wird mit 2 Touch-Controllern ausgeliefert, welche frei im Raum getrackt werden können. Jede deiner Bewegungen, welche du durch deine Arme machst, kann genauestens erfasst werden. Hier zeigt sich allerdings der Unterschied zwischen einem Outside-In und einem Inside-Out-Tracking. Die Kameras, welche an den vorderen Seitenbereichen der Brille verbaut sind, können nur erkennen und tracken, was in ihrem Sichtfeld passiert. Da auch die Controller von den Kameras getrackt werden, können die Kameras die Controller nicht mehr sehen, sobald sie aus dem Sichtbereich genommen werden. Das passiert zum Beispiel, wenn man in einem Spiel mal hinter den Kopf greifen muss, um ein Schwert hinter dem Rücken hervorzunehmen. Allerdings funktioniert das trotzdem. Warum? Ein Algorithmus berechnet aufgrund Beschleunigung, letzter Austrittswinkel aus dem Kamerabereich und Gyrosensoren, wohin sich der Controller bewegt und was er dort tut, wenn er mal aus dem Sichtbereich der Kameras verschwindet. Bleiben die Controller allerdings mal zu lange außerhalb des Sichtbereichs, kann das Tracking ungenau werden. Sobald der Controller aber wieder vor die Brille gehalten wird, ist das präzise Tracking sofort wieder möglich. Da bei den meisten Anwendungen die Controller häufig vor der Brille in Aktion treten und nur selten außerhalb des Sichtbereichs liegen, fällt diese Schwäche des Inside-Out-Trackings nur sehr selten auf. Die Oculus Quest positioniert sich ganz klar im Gaming-Bereich. Da die Brille kein Computer benötigt und ein vollwertiges Six-Degrees-of-Freedom-Erlebnis bietet, kann man sagen, dass die Oculus Quest die erste Virtual-Reality-Spielkonsole ist. Schauen wir nun die technischen Details an. Die Oculus Quest gibt das Bild auf zwei OLED-Displays aus, welche mit 1600x1440 Bildpunkten auflösen. Die Bildwiederholungsrate liegt bei 72 Hz. Somit ist das Bild zwar gleich hoch aufgelöst wie bei einer HTC Vive Pro, nur die Frequenz der Screens ist mit 72 Hz etwas schwächer. Bei der Oculus Go, welche auch mit 72 Hz Bildschirmen bestückt ist, zeigten sich in sehr hellen Bildbereichen leicht flackernde Effekte. Die Sichtweite, auch Field of View genannt, beträgt ca. 100 Grad. Die Linsen verfügen über einen Fresnel-Schliff und der Sweep-Spot, das ist der Punkt auf der Linse, bei dem man den größten Teil des Bildes als klar und scharf erkennt, ist etwas größer als bei der Oculus Rift. Zudem ist der Linsenabstand manuell einstellbar, was bei der Oculus Go bis jetzt nicht möglich ist. Auch für Brillenträger befindet sich genug Platz in dem Headset, um die Korrekturbrille bei der Benutzung auf der Nase zu lassen. Das Inside-Out-Tracking wird über vier Kameras ermöglicht, welche sich an den Ecken des VR-Headsets befinden. Man entschied sich für vier Kameras anstatt für zwei, um den Controllern einen möglichst großen Tracking-Bereich zu ermöglichen. Somit können die Controller auch aus dem Sichtbereich des Spielers gelangen, aber immer noch im Sichtbereich der Kamera liegen. Mit der Oculus Quest ist es möglich, mehrere Raumgrenzen abzuspeichern. Somit könnt ihr die Quest in verschiedenen Umgebungen nutzen, ohne jedes Mal den Raum neu zu vermessen. Raumgrenzen zeigen euch, währenddem ihr die Brille benutzt, die Grenzen eures physischen Raumes an, sobald ihr zum Beispiel zu nah an eure Zimmerwände kommt. Auch bei der Raumgröße und Komplexibilität scheinen auf jeden Fall theoretisch kaum Grenzen zu bestehen. So soll das System eine Obergrenze von 3,7 Quadratkilometern realisieren können. Ob dieser Range bei der Verkaufsversion wirklich realistisch ist, kann ich euch nicht sagen, aber das System sollte unsere privaten Räume problemlos speichern können. Da das System auf eurer Spielfläche gewisse Strukturen und Anhaltspunkte für ein korrektes Tracking braucht, sollte der Raum weder zu hell noch zu dunkel ausgeleuchtet sein. Komplett gleichfarbige Räume oder groß spiegelnde Oberflächen können das Tracking stark beeinflussen. Mit den Kameras ist die Oculus Quest in der Lage, nicht nur VR, sondern auch AR zu realisieren. AR steht für Augmented Reality, welches in der Lage ist, auf die reale Umgebung, welche man in natürlicher Form sehen kann, ein virtuelles Overlay zu legen, um die reale Welt mit zusätzlichen Elementen zu versehen. Mit dieser Technologie lassen sich aber auch reelle Gegenstände in die virtuelle Welt einbinden. So wird man zum Beispiel die Möglichkeit haben, einen realen Stuhl und dessen Position im Raum in der virtuellen Welt zu sehen, um sich bei Bedarf darauf setzen zu können. Inwieweit das umgesetzt wird, ist heute noch nicht ersichtlich, aber das Potenzial wäre enorm. Die Controller der Oculus Quest heißen wie bei der Oculus Rift Touch Controller und sind aus Kompatibilitätsgründen zu den Spielen mit identischen Leistungsmerkmalen ausgestattet. Somit wurde von der früheren Version mit Touchpad wieder auf einem Thumbstick gewechselt, um den Entwicklern eine leichtere Umsetzung der Software für beide VR-Systeme zu ermöglichen. Die Touch Controller der Quest kann man ganz einfach daran erkennen, dass der Kreis mit den Tracking-LEDs nach oben anstatt wie bei der Oculus Rift nach unten gebogen ist. Die Leistung bezieht die Oculus Quest aus einem System-on-a-Chip Snapdragon 835 der Firma Qualcomm. Unter der Motorhaube des Snapdragon 835 stecken verschiedene Komponenten, wie zum Beispiel CPU, GPU für die Grafik, Audio-Chip und noch einige andere Komponenten für die jeweiligen Einsatzbereiche. Als CPU kommt der Kryo 280 Octa-Core zum Einsatz, welcher mit seinen 8 Kernen eine Taktfrequenz von 2,45 GHz erreicht. Zum Vergleich kam in der Oculus Go mit dem Snapdragon 821 der Kryo CPU mit 2,4 GHz als Quad-Core zum Einsatz. Allerdings ist zu beachten, dass im neuen Prozessor nicht alle 8 Kerne die identischen Voraussetzungen erfüllen. So ist der CPU in ein Cluster aufgeteilt, welche 2 mal 4 Kerne beinhalten. 4 Kerne mit 2,45 GHz und 2 MB Cache und 4 Kernen mit 1,8 GHz und 1 MB Cache. Als Grafikeinheit findet man im Snapdragon den Adreno 540, der nach Angaben der Firma Qualcomm rund 25% mehr Leistung bringen soll, als der Adreno 530, welcher in der Oculus Go zum Einsatz kommt. Können wir uns nun auf grafikintensivere Spiele freuen als auf der Oculus Go oder wird die gesamte Mehrleistung der Snapdragon 835 für die höhere Auflösung und das Inside-Out-Tracking verbraten? Der Hauptprozessor wird für das Inside-Out-Tracking durch einen zusätzlichen Chip weiter entlastet. Auf der Einheit befindet sich ein Digital Signal Prozessor, kurz DSP, der Hexagon 682. Dieser Prozessor unterstützt das System unter anderem beim Tracking der Brille, der Verarbeitung der Kameradaten und der Unterstützung von AR-fassten und getrackten Elementen. Somit sollte der Brille noch genug Leistung verbleiben, um ein etwas intensiveres Grafikerlebnis zu ermöglichen, als es die Oculus Go zurzeit bieten kann. Da die ganze Leistung, welche in der Brille verbaut wurde, auch ordentlich gekühlt werden muss, wurde die Oculus Quest mit einer aktiven Kühlung ausgestattet. Je nach benötigter Leistung und Umgebungstemperatur werden die Komponenten durch einen internen Lüfter heruntergekühlt. Ich begrüße diese Entscheidung, da meine Oculus Go, welche passiv gekühlt wird, regelmäßig wegen Überhitzung abschaltet. Über die Akkulaufzeit kann man zurzeit leider nur spekulieren, diese soll aber im Bereich von 2-4 Stunden Spielzeit liegen. Im Vergleich zur Oculus Go ist die Quest ca. 100 Gramm schwerer und wiegt insgesamt ca. 570 Gramm. Auch bei den integrierten Lautsprechern, welche sich in den Seiten der Brillen befinden, wurde etwas nachgebessert. So soll die Oculus Quest im Vergleich zur Go etwas mehr Volumen bieten. Ein 3,5 mm Klinkenstecker für den eigenen Kopfhörer ist aber auch vorhanden, so dass ihr eure eigenen Kopfhörer weiterhin anschließen könnt. Zur Markteinführung stehen den Oculus Quest Käufern über 50 Spiele zur Verfügung. Es sind bereits mehrere VR-Blockbuster wie z.B. Superhot VR, Moss, Robo Recall und The Climb für die Quest bestätigt worden. Aktuell ist auch bestätigt, dass der Verkaufsschlager Beat Saber auf der Oculus Quest erscheinen wird. Die Oculus Quest ist eine VR-Spielkonsole, welche die starken Fähigkeiten der computerbasierten Brillen in einem All-in-One-System vereinigt. Im Vergleich zu den heutigen PC-basierenden Brillen geht man mit der Oculus Quest nur sehr wenig Kompromisse ein, um VR im vollen Umfang zu erleben. Wer dann doch auf High-End Grafikpower steht und ein lückenloses Tracking sein Eigen nennen möchte, muss dann aber schon einiges tiefer in die Tasche greifen. Für alle anderen kann die Oculus Quest die perfekte VR-Brille werden. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Über ein Abo für meinen Virtual Reality Kanal Zitronenarzt würde ich mich natürlich sehr freuen. Natürlich auch über einen Daumen nach oben.